Hallo Leute! Wir haben uns acht Stunden bevor wir losfliegen nach Las Vegas. Wir sind wie nun. Wir hatten gerade unser letztes Training und unsere letzte Zeremonie. Und wir wollen uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben. In erster Linie danke an Puma, die uns immer sagen gegeben haben, wenn wir das sagen wollen. Und uns immer ausgestattet haben, egal ob es in keiner Videodrehwahl oder in der Hörde. Und dann noch ein riesen Dank an die Autovermietung Allround, die uns für die Workshop-Tour unterstützt haben. Einen riesen, riesen Dank für Ali und Johnny, für die wir das Musical machen dürfen. Danke Tina! Wenn wir nicht vergessen, riesen, riesen Dank an Deadland, John, Betty, an This World, für die ganze Hilfe ohne euch hätten wir das mit dem Game niemals gepackt. Und danke This Dance Club, die ganze This Dance Club Family, die uns, die Hit-Ton-Chicken uns gut gemacht haben. Und dann für die Shoutouts. Für euch auch nochmal ein riesen Dankeschön. Vielen, vielen Dank nochmal an mich, dass du uns für unsere Gale unterstützt hast und uns einfach mal 150 Euro gegeben hast, sodass wir sonst Fleisch getränken könnten, sowas kaufen könnten. Danke, danke. Und dann noch ein dickes Treffer schon an den Autos, Leute. Vielleicht kippt. Ist ja egal. Für eure Unterstützung, für die Eingrichtungen, den Jugendclub einer Grenzarene. Ihr habt uns damit für die Gala sehr gut unterstützt und vielen Dank auf ihr Schöne und Eifel. Und auf jeden Fall ein riesen Dank an Tom-Star, das tut uns sofort für uns, wie immer, das macht ihr die letzte Sekunde. Und ja, wir fliegen, wie gesagt, in wenigen Stunden nach Las Vegas. Ohne euch und alle unsere Freunde und Familien da draußen. Dankeschön für die Unterstützung. Ohne euch wären wir jetzt nicht hier. Ohne euch können wir jetzt nicht fliegen. Und wir werden auf jeden Fall alles tun, um Deutschland so gut wie möglich zu vertreten. Und ja, Dankeschön! Subscribe unseren Channel, Got2Dance, V-A-Tutorials, und Peace! 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 Peace!